hallo leute ja wir sind noch ein paar vortriss ich will es noch einmal probieren ich will es einmal noch wissen wir müssen noch eine migrationswelle haben und dann muss es doch sein dass wir diese leute die zur migration kommen vielleicht den angreifen das müssen wir mal ausprobieren dann müssen wir das squat schnell einrichten und hoffen dass wir es dann schaffen irgendwie muss es gehen ich sag mal schauts logo und dann gehen wir auf den großbildschirm so das heißt das spiel läuft jetzt ist die frage wo er ist sind auf jeden fall alle gerade mies drauf und follow wir müssen hier oben die zahl im auge behalten da können wir auf rechts klicken und er läuft ja trotzdem hinterher er ist jetzt hier irgendwie am ernten okay mal da ist ja immer einer jetzt nicht mehr ganz so traurig die frage ob er das ist oder wer anders sind da oben am laufen keine ahnung was macht er jetzt es ist nur einer das heißt er ist gerade wieder verwandelt genau so ist es das kann ja aber nichts machen er wird wahrscheinlich gleich irgendwie die schweinchen hier angreifen oder irgendwie sowas tun da kommt das schweinchen obwohl das hat er jetzt nicht angegriffen wo ich mir noch die frage stelle ist dass wenn er jetzt im guten zustand ist ob wir ihn dann auch angreifen können jetzt geht er irgendwo wieder hin und ich gehe jetzt nicht wohin geht immer hier hinten irgendwo hin glaube ich weiß nicht was er da unten macht ich glaube hätte ich sehen können wenn ich hier ausgerüstet hätte bzw geschaut hätte was er gerade denkt oder macht 2 jetzt pflanzt da irgendwas oder so kommt keiner da läuft weiter wir brauchen migranten anders kriegen wir das nicht das ist wieder gewählt das ist das wäre aber tot 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 und wann ich sind geboren jetzt geht er wieder dahin oder ja warte mal halt mal an wo ist er jetzt da ist er nur aktiv ja was macht er hole oder älter bucket legendary fighter professional wrestler trapper weiß ich auch nicht und kommen hier migranten das ist ein neues jahr oder neue saison anfangen beziehungsweise jahreszeit ist es jetzt geht er noch hinten ist ja auch nicht so dass er nicht was tut er tut ja was ne erntet er jetzt glaube ich jetzt kommen noch keine migranten hier ist eine karawane nach dem und 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 nun ist erwachsen geworden oder ein Küken ist erwachsen geworden sagen wir so zu 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 Händer so da ist er So, wann kommen die Migranten? Die gehen weg, auch gut. Dass die Karawane natürlich nicht den angegriffen haben, das ist ein bisschen doof gelaufen, aber der war wahrscheinlich hier unten, nicht da oben, steht der hier wieder rum, das hat sich glaube ich noch nicht verwandelt zuletzt, oder? Auch das einmal im Jahr irgendwie oder so, kann das sein? Ich glaube schneller laufen können, das geht nicht. Also jetzt hier, der arbeitet sogar da drinnen, oder? Immer noch zwei. Hase groß geworden. Ja, ist jetzt ein bisschen langwierig, ne? Jetzt ist er wieder ein Wehr-Alarmer geworden, und jetzt hat er das Baby kaputt gehauen. Warte, da kommen gerade Migranten. Fünfe? Bleibt bei fünf, gut, ne Squad draus machen. So. Ah, wir müssen erst ein Ding ins machen. Ist er denn noch Lama, äh, noch Werwolf? Ja, er ist noch Werwolf. Also sind es fünf Migranten wirklich? Äh, das war hier, ne? Oder? Äh, das war falsch. Okay. Major? Ne. Major? Places? Ne, das will ich alles nicht. Okay. Hier muss es sein, aber warum, äh, hier muss es sein, aber warum, äh, hier muss es sein, kann ich jetzt nichts machen. Objects. Muss ihn erst da sein oder so? Wo ist er? Er ist hier. Ändert sich da was? Und das machen wir gerade weg. Was hat er jetzt gemacht? Na ja, er hat sich wieder verwandelt. Er ist wieder normal geworden. Er ist aber unhappy. Wo ist das Gefecht? Okay, ich glaube das ist, ist, ja, das ist das Baby, das ist Throne Dead. So, hat sich da jetzt was getan? Ja. Militärkommander. Bootcutter. Ist eigentlich egal wen ich da jetzt nehmen werde, das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Kann ich dann, naja, jetzt ist es, jetzt ist es egal, jetzt lassen wir es so, oder? Dann geht das hier wieder weg. Wahrscheinlich nicht, jetzt habe ich gleich nur 4 in der Squad, oder? Ach so. Ja, müssen wir so machen. Wählen den aus. Und gehen hier drauf. Assign. Den natürlich nicht nehmen. So, die sind alle genommen. Back to Squad. Ziel auswählen. Warte nochmal. Ganz so. Kann ich das nicht? Ja, der muss wohl Werwolf werden, ne? Ja, der ist schlecht. Die sind jetzt alle da. So, das war Kant. Moment. Machen die jetzt Training dann? Glaube nicht, ne? Jetzt rennt er mal hier oben hin. Hier in der 5 ist, dann ist er wieder verwandelt. Nur wann tut das? Hier schon einer mies drauf, weil er so viele schlechte Sachen gesehen hat wahrscheinlich. Jetzt ist er glaube ich eine Distille, oder was? Die anderen sind wunderbar am Arbeiten alle, ne? Ja. Ach so, ja. Okay, da wurde sogar noch geschlachtet. Wann verwandelt er sich denn jetzt? Wann verwandelt er sich denn jetzt? Jetzt wartest du wieder ewig drauf, ne? Die Moral der anderen schwindet natürlich auch, ne? Geht er jetzt sogar in den Keller? Ja. Dann Stein geholt. Was soll man nicht meinen, ne? Irgendwie hat er gerade eine Order gegeben, oder so. So. Und verwandelt er sich. Tja. Jetzt wird es aber Zeit. Erstmal wegmachen. Okay, wenn da nochmal eine Population dazukommen würde, wäre auch nicht verkehrt, ne? Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Da gibt es keine weiteren Migranten, der wird jetzt gleich wahrscheinlich eher wieder zum Wehrlama werden. Jetzt sind wir in der Küche wahrscheinlich wieder, oder so. Es bleibt noch immer die 6 da stehen, es muss nur 5 werden, dann ist er verwandelt. Ja, da oben ist er jetzt gegangen, aber geht aber, ach der holt was zum Schlachten, vielleicht kann das sein. Das könnte natürlich sein, ne? Hm. Jetzt geht er nach da unten, okay. Da unten ist er ja immer zum Wehrlama geworden, oder? Wo tue ich mich da, weiß ich nicht. Da ist er. Da ist er. So. So. Und den auswählen, confirm und hoffen. Er rennt hinter den Dingens hinterher, aber es kommt niemand und kämpft. doch, da kämpft einer, oder? Da kommen jetzt alle. Und es hat nicht geklappt, glaube ich. Sie sind alle gestorben. Er hat sie alle wieder kaputt gemacht. Aha. Okay. Wir versuchen es dann doch fehlgeschlagen. Ich hätte gedacht, wir hätten da noch eine Hoffnung, aber war es wohl doch wieder nicht. Ja. Sind wir durch. Ich würde sagen, das war jetzt wirklich die letzte Folge. Lassen wir sein. Bringt nix. Gucken wir weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare. Schreibe dann auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in anderen Projekten. Bis dann. Ciao. Ciao.